Liebes Nature Cup Team, lieber Jan, hier ist die versprochene Videobotschaft von mir, von der Ostsee. Ihr seht, mein Herz schlägt für die Natur und deswegen schlägt mein Herz auch für euer Kaffee. So ein Upcycling-Kaffee finde ich eine super Idee und ich verspreche euch, wenn ich in Köln bin, das nächste Mal in Köln bin, komme ich vorbei und tanke meinen Kaffeebecher bei euch auf. Ich drücke euch die Daumen, dass es alles klappt mit Startnext. Das ist eine super Plattform. Ein Freund von mir hat letztens auch sein Geld zusammengekriegt für ein Projekt. Deshalb schafft ihr das auch hundertprozentig. Ich glaube an euch, ich freue mich drauf und ich sehe euch bald in Köln. Bis dann, ganz liebe Grüße von der Ostsee, euer Markus. Tschüss!